ja hallo ich bin wieder da ich habe das problem gefunden man darf parallel nix downloaden oder upgraden bei steam die spiele ja der letzte server der server von vorhin der ist ein bisschen voll da dauert es etwas einen sag mal trainingspartner zu finden aber das macht nichts es gibt hier viele weitere server und ich nehme ich nehme den so warum ok jetzt hat es sich normalisiert na dann ist sie schon so langweilend zwischen einer da geht es mal lieber nicht im zang so Oh. 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 Ich bin... Ich bin teilweise besser geworden. So, wer ist der Nächste? Okay, du nicht. Oh. 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 Alles klar. Oh. Oh. Oh Mann. 31 Leben. Och. So knapp. Aber okay. Ja, da hat er Ausweichen genommen. Ach. Moment. Ich duelliere gerade. Vielleicht sollte ich die... Genau. Äh. Freundlich und Feuerfest brauche ich nicht. Ausweichen kann ich nicht nehmen. Ja, gut. Dann machst du auch eigentlich keinen Unterschied. So. Spiel. Ja. Ähm. Wie viele? Sechs. Dann findet sich ja für mich ein Pfad noch. So. Ah. Hey. Okay. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ist das so schnell? Mit dem Speer vor allem. Aber gut. Deswegen... Triniere ich ja. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Das gibt's doch nichts. Ah. Oh. ok interessant wenn er sticht und ich parierend steche kann er parierend stechen stechen also er sticht ich parier steche und er pariert sticht sticht ok es sind neun er hat einen hammer ok der hammer ist sehr gefährlich das sind schräge gewesen ok ja ich hatte jetzt nur glück sag mal ok das war interessant Die Taste E. Ganz kurz. Die Taste E. Data Fly Up. Step. Gamepad. Was ist, wenn ich das hier auf E lese? Gamepad nutze ich nicht deswegen. Oh. Ach egal. Man kann es doppelt nehmen. Dann nehmt es doppelt anwenden. Angewandt. So. So, jetzt habe ich Stechen auf E. Äh. Was? Okay. Du. Achja. Äh. Ich muss mich ungewöhnen. Au. Nein. Hopp. Das lasse ich mal lieber. Äh. Step. Mouthfield Up. Ich bräuchte ne Taste an der Maus. Das ist es. Der Leider helft. Das ist es. Das ist es. Oder ich mach einfach, äh, Mausrad und E. Mausrad. E. Okay. 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 Nur für ne Falterfälle. Das ist es. Awww. Okay. Interessante Kombi. Okay. Interessante Kombi. So. Ich fordere sie heraus. In Garte. Ich werde müde. Okay. Ich kann nicht sofort angreifen, wenn ich... Äh. Ich kann nicht sofort blocken, nachdem ich angegriffen habe. Okay. 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 Das muss ich... Das muss ich mir merken. Ich hab... Ich hab... Ich hab das 10 geblockt. Nein. Mensch. 20. Ach. Der. 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 Hätte ich einmal, achso, wenigstens mit dem Fußhammer getroffen. Ah. Ein Guard. Wow. Ah. Ich muss mich mehr konzentrieren, schuldigung. Okay. Da. Äh, Hilfe, Hilfe. Und nimmst du an, okay. Ach, Mensch. Das kommt doch nicht. Aha. Hm. Das ist voll schwierig. Siebzig Leben. Ah. Das ist voll schwierig. So. Hey, da macht nichts. Da macht nichts. Ah. Die Maus ist gerade kurz, äh, eingerastet? Oh. Ja, gut. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um hier die Folge zu beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht mache ich jetzt die nächste Runde Frontline. Und... Mal gucken, wie weit es sich für einen, ich sag mal, realistischeren, äh, Zusammenstoß, äh, mir was gebracht hat. Ist die Grammatik richtig? Bis zum nächsten Mal mit. Dez dich. Dez dich! Ja, dup journalism.